Die Keller und Knappich DmbH Augsburg, überall kurz KUKA genannt, kennt aus 40-jähriger Erfahrung ihre Probleme. In unserem Werk Augsburg-Lechhausen finden Fachleute in der Konstruktion, im Versuch und der Fertigung immer die richtige Lösung für sie. Jeden Monat verlassen durchschnittlich 120 KUKA-Müllwagen unser Werk, um in der ganzen Welt den Müll zu Leibe zu rücken. Robuste Technik, hohe Betriebssicherheit und geringe Betriebskosten haben uns das Vertrauen der Fachwelt eingebrannt. Sicher wird Sie ein kurzer Überblick über die Müllwagenfertigung interessieren. In den Hilfsrahmen wird zuerst der mechanische Antrieb eingebaut. Dieser besteht aus Gelenkwellen, Zwischenlager, elektropneumatischer Kupplung mit Überlastsicherung und Untersetzungsgetriebe. Anschließend wird der vorgefertigte Behälter aufgesetzt. Hier soll gleich erwähnt werden, dass in der Montagestraße vorwiegend komplette Baugruppen eingebaut werden. Nach dem Kastenträger wird der Deckel mit der Pressschnecke eingesetzt und anschließend die Lagerung verschweißt. Nach dem Einbau jeder Baugruppe ist eine Zwischenkontrolle eingeschaltet, um die Einzelfunktionen zu überprüfen. Wie hier den Behälterantrieb und anschließend das Öffnen und Schließen des Deckels. Aufsetzen des Verkleidungsgeriffes. Danach wird der fertige Aufbau auf das Fahrgestell montiert. Zur folgenden Lackierung ein Hinweis. KUKA-Fahrzeuge erhalten eine Drei-Schichten-Lackierung, die aus der Grundierung einer Füllerschicht und einer Kunstharz-Lackschicht besteht. Der fertige Müllwagen ist nun von der Endkontrolle übernommen worden. Anhand einer umfangreichen Checkliste wird er noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Aus dem Kontrollprogramm zeigen wir Ihnen einige Ausschnitte. Das Zahnspiel zwischen Getriebe und Zahnkranz ist besonders für den ruhigen Lauf des Behälters wichtig. Der Linkslauf wird genauso geprüft wie die Überlastsicherung. Ein massiver Holzklotz blockiert den Antrieb. In diesem Moment schaltet die Überlastsicherung den Antrieb zum Getriebe ab. Das Öffnen und Schließen des Deckels, wobei eine einwandfreie Verriegelung genauso wichtig ist wie die Dichtung zwischen dem drehenden Behälter und dem stehenden Deckel, sind weitere zu prüfende Funktionen. So geht es bis zur endgültigen Feststellung, freigegeben für den Kunden. Für jedes ihrer Müllprobleme gibt es den passenden KUKA-Müllwagen. Aufgrund der vielen Aufbaugrößen lässt sich für jedes Müllgewicht und jede Müllart die richtige Aufbau-Fahrgestellkombination festlegen. Richtig heißt, wenn die Müllaufnahme des Aufbaus mit der Nutzlast des gesamten Fahrzeuges übereinstellt. An diesem Modell lässt sich die Arbeitsweise des KUKA-Müllwagens gut. Nach dem Einladen in das Förderrad wird der Müll an der Pressschnecke des hinteren Deckels vorbeigeführt und in den drehenden Behälter gefördert. Sie sehen, dass sich der Müll durch das Umwälzen gleichmäßig verteilt. Durch den Zusatz von farbigen Spänen wird die Durchmischung und damit die Umwälzverdichtung im Behälter besonders deutlich. Gegen Ende der Beladung wird der Müll durch die Pressschnecke weiter zusammengepresst, die Maleverdichtung erreicht ist. Nach dem Öffnen des Deckels wird der Müll durch Drehen des Behälters wieder entladen. Dies sollte mit etwas erhöhter Drehzahl geschwehen, da sich so die Entladezeit verkürzen lässt. Der Behälter wird nicht gekippt, sondern durch die Entladeschnecke schnell und sicher entleert. Durch die Beladung mit Papier lässt sich die Wirkungsweise der Pressschnecke erläutern. Der Müll wird vom Förderrad erfasst, an der Brechkante des Deckels verquetscht, an der Pressschnecke vorbeitransportiert und zwangsläufig in den Behälter geschoben. In diesem Diagramm sind auf der waagerechten Koordinate die Müllgewichte und auf der senkrechten den möglichen Verdichtungsfaktor aufgetragen. Die Kurve zeigt, je leichter der Müll, desto höher die Verdichtung. Wir möchten hinzufügen, dass die Verdichtung im KUKA-Müllwagen die obere Grenze des Möglichen arbeitet. So beginnt die Produktion von Hausmüll. Der Müll nimmt durch die immer aufwendigeren Verpackungsmaterialien ständig an Volumen zu. Selbst dann, wenn die Hausfrau schon eine Vorverdichtung betreibt. Der Weg zum Müllgewies sowie die Tatsache, dass der Inhalt des eigenen Eimers noch Platz findet, ist für Sie selbstverständlich. Die Probleme der Verwaltungen sind jedoch zum größten Teil der Bevölkerung keinbekannt. Beachtung wird dem Müll nur geschenkt, wenn er nicht abgeholt wird. Wie zum Beispiel während der Müllarbeiterstreiks in Paris, London und New York. In einem Gebiet mit nicht genormten Gefäßen unterschiedlichster Größe soll der Müll eingesammelt werden. Hier ist der KUKA-Hai mit einer Universalschüttung das richtige Fahrzeug. Sie haben außerdem den Vorteil, dass bei dieser Beladeart auch immer wieder auftatende, sperrige Gegenstände mitgenommen werden können. Für Spezialaufgaben ist dieses kleine Fahrzeug mit einem 3,5 Kubikmeter Aufbau entwickelt worden. Beim Einsatz in Stadtviertel mit engen, windigen Gassen ist die Wendigkeit von großer Bedrohung. Außerdem ist dieser Müllwagen im bergigen Gelände, ganz besonders natürlich im Winter, für seinen Allradantrieb ideal. Lüge-Manker Bei dritten mit lockerer Bebauung hat sich der Systemmülleimer mit 35 und 50 Liter Inhalt durchgesetzt. Der KUKA-Müllwagen mit einer Ringeimer-Doppelstüttung und zwei Mann Ladepersonal garantiert durch seine hohe Aufnahmefähigkeit und große Betriebssicherheit eine rationelle Müllsammlung. Gegenüber anderen größeren Gefäßsystemen stellen die Einwohner ihre Mülleimer selbst zu ab vorbereiten. Dadurch entfallen für die Mülllader längere Transportwege. Je nach Eimer-Dichte werden Tagesleistungen bis zu 2000 Entleerungen erreicht. Nach Feiertagen, wenn mehr Müll anfällt, wird in zunehmendem Maße der Müllsack verwendet. Bei einzelnen Säcken werden diese durch die jeweilige Schüttung geladen. Stehen jedoch mehrere Säcke bereit, kann man dies besser und schneller nach dem Rücken in der Schwenktür tun. Noch schneller als das Personal arbeitet, werden die Säcke in den Behälter gefördert und außerdem zerkleinert. Die Zerkleinerung des Sackes ist für die spätere Verrottung notwendig. Und so sieht der zerkleinerte Müll einschließlich der Säcke im Behälter aus. Es gibt aber auch Städte und Gemeinden, die die Müllabkur völlig auf Papier- oder Kunststoffsäcke umgestellt haben. Wenn man den Arbeitsablauf betrachtet, ist es verständlich, dass bei dieser Art von Müllsammlung sehr hohe Tagesleistungen erreicht werden. Die Zerkleinerung des Säcke in der Schwenktürkse Die Zerkleinerung des Säcke in der Schwenktürkse Wieder anders stellen sich die Probleme bei der Müllabfuhr, wenn 110 Liter Mülltonne eingeführt sind. Diese Gefäße werden im Gegensatz zu den Mülleimern vom Ladepersonal transportiert und erfordern eine entsprechend große Mannschaft. Die Wirtschaftlichkeit hängt dabei hauptsächlich vom Transportweg der Mülltonne, also von der Wahl des Stammplatzes und vom Müllwagen an. Hier ist der zurzeit größte Hai im Einsatz. Die Behältergröße von 20,3 Kubikmetern und die Nutzlast von 10 Tonnen sind zweifellos respektable Werte. Mit diesem Fahrzeug werden täglich zwei Sammelfahrten durchgeführt, wobei Tagesleistungen von über 800 Tonnen Entleerung erzielt werden. Dies kann als Beispiel dafür gelten, dass KUKA in der Lage ist, mit dem sehr variablen Aufbauprogramm das Fahrzeug zu liefern, das ganz konsequent auf die jeweiligen Verhältnisse abgestimmt und so als optimal zu bezeichnen ist. Soll der Personaltransport mit dem Müllwagen geschehen, stehen entsprechende Fahrerhäuser zur Verfügung. Hier ein Großraumfahrerhaus für sechs Mann. Der Großkirchen wie hier in einem Kantinenbetrieb fallen Abfälle in erheblich größeren Mengen als in Haushalten. Das Rohmleersystem mit 1100 Liter Großbehältern hat sich gerade bei größeren Müllmengen als das wirtschaftliche überhaupt erwiesen. Ganze Tonnen Batterien, die früher die Standplätze zierten, sind verschwunden und das Entleeren des Großbehälters dauert nur einen Bruchteil der früher benötigten Zeit. Der Personalbedarf für dieses System ist sehr gering. Ein Fahrer und ein bis zwei Lader werden eingesetzt. Diese kleine Mannschaft fährt dann in einem normalen Serienfahrerhaus mit drei Plätzen weg. Die gute Beweglichkeit der 1100 Liter Behälter lässt auch etwas weite entfernte Standplätze zu. Die kurze Entleerungszeit ist nur dadurch möglich, dass der Müll mit sehr hoher Geschwindigkeit in den Behälter gefördert wird. Mit diesem System werden je nach Abstand von Behälter zu Behälter täglich zwischen 120 und 150 Stück geladen. Dies sind 132 bzw. 165 Kubikmeter losen Mülls. Nach der Sammlung von Hausmüll nun die Entleerung eines Kuka-Eis in einem Müllbunker. Hier fällt besonders auf, dass der Aufbau bei der Entleerung nicht gekirrt wird. Eine Wandschnecke im Behälter entleert das Fahrzeug schnell und sicher. Wichtig ist die Tatsache, dass der Behälter nach der Entleerung absolut sauber ist und nicht gereinigt werden muss. Korrosionen an der Behälterwandung und unnötiger Zeitaufwand werden vermieden. Soll der Hai neben der Abfuhr von Systemgefäßen gelegentlich auch für die Sperrmüllabfuhr oder für andere Gefäßgrößen eingesetzt werden, ist ein Austausch der Schüttungen untereinander notwendig. Ein Steckrahmen, auf dem jede Schüttung montiert ist, ist nach dem Lösen einiger Klemm- bzw. Klappschrauben leicht abgebbar. Gegebenenfalls muss je nach Schüttung noch eine Luft- oder Hydraulikleitung gelöst werden. Die Wechselschüttung wird dann genauso leicht und bequem wieder eingesetzt. Bei einem Zeitaufwand von 10-15 Minuten ist Ihr Hai für alle Abfuhrarten umzurüsten. Hier zieht eine Kolonne Haie aus, um dem Sperrmüll das Fürchten zu leeren. Sachlicher ausgedrückt, auch dieses Problem löst Ihnen Ihr Kuhkammelwagen. Gleichgültig auf alte Möbel, Herde, Kühlschränke, Waschmaschinen, Fahrräder oder ähnliches zu bearbeiten sind. So haucht ein Küchenherz sein Leben aus. Ein Bergsperrgut liegt bereit und wird in Angriff genommen. Eins der Stolz der guten Stube wird von diesem Kanapé in kürzester Zeit nichts mehr zu erkennen sein. Auch auf dieser Kauf, wozu künftig niemand mehr. Die letzten Reste oder so sieht es aus, wenn ein Hai das Maul richtig aufgemacht hat. Auch wenn die Abfallhauten noch größer werden, machen sie keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, je dichter der Müll zusammen liegt, desto kürzer ist die Beladezeit. Ein Kühlschrank wird genauso verdaut wie die Autoreifen. Noch einmal ein Mini-Hai für Spezialeinsätze. Wenn Sie in Ihrem Gebiet in solch engen Straßenmüll sammeln müssen, ist der Mini-Hai eine wertvolle Hilfe. Ein Kühlschrank wird entfernt. In jeder größeren Stadt gibt es Märkte, Märkte und damit viele zusätzliche Abfälle. Verpackungsmaterial, Gemüse und Obstreste müssen abgefasst werden. Wäre da nicht auch bei Ihnen für diese Aufgabe ein KUKA-Müllwagen das Richtige? Die Papierkörbe, deren Zahl auch immer größer wird, kann man auf verschiedene Hals und Weise leeren. Aber gerade im Stadtzentrum ist ein Sammelfahrzeug von der Größe des Mini-Hai am wenigsten verkehrsbehindert. Für eine Supermarktkette hat sich das Müllproblem durch unseren Einachsabhänger gelöst. Während der LKW den Waren nachschub bringt, nimmt der Müllanhänger den angefallenen Geschäftsmüll. Hier könnte man fast sagen, eine perfekte Müllforderung von nicht gerade wenig Abfälle für einen Tag. Übrigens wird der Behälter in diesem Fall von einem VW-Industriemotor angekündigt. In der Großhandelszentrale ist die Menge natürlich das Spielfache. Aber wenn drei Mann mit Hochbruch rangehen, ist auch der größte Abfallwerk im kürzesten Tag bedeutend. Auch die christliche Seefahrt ist ein Achterlieferer. Schuten übernehmen den harten Müll und liefern ihn bei einem Spezialunternehmer ab. Ein Zweiachs-Anhänger mit elektrischen Gehälterantrieben nimmt die Abfälle auf. Von einem Univog oder anderen Zugfahrzeugen wird der Anhänger dann zur Entleerung gezogen. Nach der Beladung wird der Elektroanschluss gelöst und der Anhänger ist abfahrbereit. Auch bei großen Industrieunternehmen ist die Mülllawine im Rollen. Produktionsabfälle und Verpackungsmaterialien haben einen so großen Umfang angenommen, dass nur Spezialgeräte, in diesem Fall ein Kukerei mit Elektroantrieb, die Kosten in erträglichen Grenzen haben. Nicht enden wollende Kunststofffolien bereiten woanders Schwierigkeiten. Nur durch die kontinuierliche Förderung ist es überhaupt möglich, solche Riesenschlangen zu laden. Ab und zu kommt es vor, dass glühende Asche aus Müllgetäßen in einen Müllwagen geladen wird. Manche Leute behaupten dann, der Müllwagen brenne. Wir wollen Ihnen zeigen, dass dies beim Kukerei nicht so ist. Ein ganz schönes Feuerchen, was er hier schluckt. Durch das Drehen des Behälters und den damit verbundenen Umwälzen des Mülls wird jedoch das Feuer einwandfrei gelöscht. Selbst unter so ungünstigen Verhältnissen wie hier bei reinem Papiermüll. In der Praxis merkt das Bedienungspersonal überhaupt nicht, dass glühende Asche geladen wurde. In der Praxis merkt das Bedienungspersonal überhaupt nicht. Die Müllbeseitigung ist heute in vielen Fällen problematisch. Für Verbrennungswerke und Kompostanlagen werden riesige Summen investiert. Aber auch die geordneten Deponien erfordern mehr finanziellen Aufwand als früher beim Müllkippen. Der Kuker Müllwagen erweist sich für alle Beseitigungsarten als kostensparender Faktor. Der Kuker verdichtete Müll, der lockert sich bei der Entleerung fast nicht auf, beansprucht relativ wenig Raum. Bei den Deponien ist dies besonders wichtig, da dadurch eine Verlängerung der Benutzungszeit erreicht wird. Bei der Kompostierung ist der homogenisierte Müll die beste Voraussetzung, weil die Verrottung beschleunigt wird. Auch bei der Verbrennung ist ein geringerer Raumbedarf von Vorteil, da Müllbunker erhebliche Investitionen erfordern. Außerdem brennt gleichmäßig vermischter Müll besser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei längeren Transportwegen zu zentralen Beseitigungsanlagen sollte der Müll in Spezialtransporter umgeladen werden. Diese Darstellung zeigt, dass ein Kuker Mülltransporter den Müll aus mehreren Sammelfahrzeugen aufnimmt. Mit 38 Kubikmetern Müll fährt man dann preiswerter als beispielsweise mit 10 Kubikmetern im Sammelwagen. Zu den Umladestationen ein Tipp. Unsere Fachleute haben für Sie Vorschläge in vielen Varianten ausgearbeitet. Hier hat der Transporter nach einer Strecke von 46 Kilometern eine zentrale Deponie erreicht. Preiswerter kann man Müll nicht transportieren. Die fachlich richtige Beratung unserer Kunden ist für uns primär. An jedem roten Punkt sitzt ein KUKA-Fachmann. Ob in Europa oder allen anderen Erdteilen, KUKA ist für Sie immer erreichbar. Besonders wichtig ist, dass Sie in diesen Stationen auch unsere Kundendienstspezialisten finden, die Ihnen jede Unterstützung bei der Wartung und Pflege Ihrer Fahrzeuge geben. Ein KUKA-Fachmann Untertitelung des ZDF, 2020